Hallo, ich bin meine kleine Hobbit-Detektive und damit heiße ich ganz herzlich willkommen zurück zu Jenny Le Clou. Meine Güte, also ich meine, was haben wir bis jetzt alles erlebt? Ich meine, wir haben zum ersten Mal eine Leiche hier im Affen, das war ausgerechnet der Dekan, der Vater unseres Freundes Keith, bei dessen Beerdigung wir sozusagen Leichenschänder betrieben haben, indem wir den Sarg umgestoßen haben, ob ihn direkt rausgeplumpst ist. Dann haben wir herausgefunden, dass die Familie Glatz mit uns verwandt ist, dass sie zu unserer Cousine ist, die kleine Susi, welche nebenbei auch noch sehr intelligent ist und ein eigenes Labor hat, wo sie dann lautlos das Dynamit herstellen möchte. Und dann haben wir ganz nebenbei im Teich noch einen Frosch gefunden, das den ganzen Autopartett aufgefressen hat. Gut, also das mit Dynamit bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber sonst, der Rest stimmt alles. Gut, also machen wir jetzt noch weiter. Wir sind jetzt immer noch hier auf dem Dach von der Familie Glatz. Und hier haben wir schon die erste Krähe. Okay, klettern. Ah, Balance halten, Jenny. Wollen wir wohl nicht, dass du runterfällst. Noch einmal. Ups. Ja, der Achtung ist für uns. Mir fällt es jetzt den ganzen Weg hier runter, aber es gibt nur bis zum Dach. Und wir suchen jetzt mal wieder mal schön nach einem Puzzlestück. Ah, hier. Wer damit? Wieder ein Stück für die Galerie haben wir. Gut. Ich frage mich einfach nur, beim Journal haben wir ja eigentlich nicht mehr. Haben wir davon eigentlich nicht mehr? Ah doch, da haben wir doch einige mehr. Aber wieso fehlen hier zwei? Habe ich hier zwei andere Möglichkeiten übersehen? Der Rest ist alles komplett. Aber hier fehlt zwei. Erstaunlich. Das muss ich mal unbedingt mal nachschauen. Aber wo könnte ich das denn nicht übersehen haben? Ich habe doch mit jeder Person geredet. Na ja, gut. Dann werde ich das aber am Schluss noch mal einfügen. Wenn mich interessiert. Auf jeden Fall haben wir da ein Stück verpasst. Wahrscheinlich auf die gleiche Stelle. Gut möglich. Also fast so möglich, dass man hier auch verpassen kann. Und sagen wir fast so möglich. Ich habe mir das nicht verpasst. Aber unmöglich war es nicht. Ah. Sollen wir hier runter? Aha. Jenny paused at the edge of the roof. Her teeth chattering in the chill wind. Ah, kein Wunder. Ich meine, wo soll man jetzt hier runter springen? Ah. Der unheimlich leuchtende See nirgends. Ja, habe ich auch ganz vergessen, was er heißt. Also ich sehe nichts. Nur die leuchtigsten Familien in Arthyrton können so sehr spektakulare Flüge erreichen. Wenn ich das Wasser überrasse, dann ist es nur ein kurzer Stroll durch die verlassenen Flüge nach meinem Haus. Durch den vergessenen Wald bis zu mir nach Hause. Ah. Wo kann man mal ein vergessener Wald holen? Irgendein Spiel war das doch. Aber sie war nicht einfach eine einfache Aufgabe. Viele überwaltige Säler haben ihre Staube auf den rögelten Rocken der Bühne und Bühne. Also ich mache es wahrscheinlich einfach. Ich drücke einfach hier einfach einen Knopf und dann geht es einfach nach rechts. Jetzt sind wir schon da. Und in diesem Moment schaut sie das Licht an. Äh, ich habe ihre Robo auch gefahren oder was? Ja. Just hanging around. Ah. Das kennt man ja. Jenny, du hast eine eigene Aufgabe hier zu erledigen. Du musst du die Mörder finden und alles. Und was tust du? Nur rumhängen. Teenagers sind heutzutage immer alle gleich. Haha. Und dann kann ich sie einfach hier drüberhängen. Gut. Okay. Aber dann bin ich hier drüberhängen. Ich bin hier falsch. Ich werde da wahrscheinlich rechts benutzt. Ich bin mir trotzdem interessiert. Ich möchte einfach gerne wissen. Äh. Wollen wir hier was einsammeln? Ah doch nicht. Doch die richtige Ecke gewesen. Okay. Nummer 103. Also ich bin gar zu enttäuscht. Wenn man so reich ist, dann hätte man sich, dann muss man eigentlich die kleinste Nummer haben. Also die 100. Das ist doch nicht. Hier ist absolut gar nichts. Ein bisschen was zu finden. Okay. Gut. Ich gehe aber jetzt nur mal kurz nach links. Ich möchte mal rausfinden, ob man da runter springen kann. Ob man da entdeckt werden. Ein kleine Vöglein. Usch. Braucht euch ein Nest. Hm. Wir kommen auch da durch. Wo komme ich denn hier hin? Das ist also sozusagen der Eingangsbereich. Aber wo geht? Da ist da hinten eine Straße? Ich stelle mir vor, ich fände da mal den Weg hier runter. Hier einmal runter, dann Vollbremsung. Ha. Wollen wir erstmal rückwärts nach oben. Okay. Dann können wir wieder was einsammeln. Ja. 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 Schönen wir mal. Ist das etwas zu groß? Nein. Ich muss aber in die obere linke Ecke, wir kann jetzt nochmal rotieren. du kommst dahin komm schon das ist richtig okay sehe ich auch was es sein soll eine Brücke eine zusammengeklappte Brücke gibt mir ein bisschen Spielraum das kommt jetzt so in die Ecke Musik passend rein, es muss auch ungefähr dort hinein zusammengeklappte Brücke und das da oben sieht eher aus wie eine riesige Gottesanbeterin die Augen die Zangen ich finde das sieht wirklich so aus hier kann ich wieder rennen das ist der Weg zur Mainstreet ich kann nicht riskieren, zu beobachten zu sein der Scherer für seine Gäste der safest Weg nach Hause ist über den Berg definitiv aber trotzdem muss man jetzt schauen es gibt etwas zu sammeln wieso habe ich mir das gedacht noch ein Galeriegegenstand noch ein Galeriegegenstand hier aber trotzdem das mit den zwei Antwortmöglichkeiten das man auswählen konnte ich verstaue mich also dass man das verpassen konnte naja ich werde das wahrscheinlich auch Oxpeed nochmal vielleicht das Kapitel auswählen hehehe bis auf allen Vieren ah perfekt durchgeschlichen eine passende Schleichmusik haben wir auch noch ich werde es auf hier schauen klassisch wo ah direkt hier uh Mumien ah okay also im Museum schau kannst du hier doch auch runterspringen okay dann nichts aber hier ist es absolut nicht leise aber ich persönlich bin gerne in so einem Museum gewesen aber so Mumien ausgestellt äh war bisher noch keine ja aber zwar schon ziemlich ähnlich dran war trotzdem interessante ägypten Ausstellung dazu was in Basel äh also los Jenny renn wie das Polly das soll gleich äh äh wenn wir das Polly reiten wollten okay okay ein Papierflieger und der denn jetzt her true believer I am the one you seek oh nein CJ ich schwimme im Schatten der Giganten die in ein einsamer stiller Tief in sich regen also er ist irgendwo an einem Berg der ist irgendwo im Schatten eines Berges nein tut mir leid es ist trotzdem zuerst wichtig wir brauchen ja unsere Utensilien da ist kein Weg ich bin nicht die die mysteriöse Message ach also gut dickköpfig wenn wir dort sind werden wir jetzt den Weg fortsetzen sondern nicht nach Hause wo sollst du denn wo kann denn das Leder sein um offen haben gut morgen die SS Susi erstaunlich warum Susi wie müsste er Susan heißen die SS Susi a gift from Susi's father as a thank you for preparing his lunch one day this will get me across the lake in no time ah ihr Vater nennt sie aus Auslösen gut unfortunately the boat didn't belong to her I'll just borrow it for a couple of hours they won't even notice it's gone und wir müssen es starten das braucht doch sich ein Schlüssel but borrowing something without asking first was just stealing it's always easier to ask for forgiveness than wait for permission of course the boat needed a key jeez nobody trusts anyone these days ja besonders klein rothaarige Teenager mit viereckigen Brillen die hier ganz selber zu borgen oder äh ganzige Schlösser aufknacken there must be some other way to start the engine ah ah wir müssen hier was aufschrauben und sonst gibt's hier was zu sammeln ja mein Gegengalerie gegenstand der zweiten ein Sticker ein Bootssticker ein Flott haben wir also auch gefunden Achtung Stromschlaggefahr Verbrennung Verbrennung Fleisch und Tod bei entfernen erlischt die Garantie idiotensicher ja Smith & Smith Lockers Smith & Smith Lockers I bet I can hot wire the boat if I get this panel off risk of electric shock it was far too dangerous I love danger ja und das ist danger und deine zweite Vornamen ja und das kann man einfach hand abschrauben ja mein lieber herren Smith & Smith haben Sie schon was von Kindersicherung gehört haben Sie schon was aber Sie haben sich definitiv sicher von Kinderhänden von Kindersicherung von Kindersicherung von Kindersicherung wow looks complicated findest du far too complicated for a child to even attempt mom always says a great detective focuses on the solution not the problem it looks like I can bypass the ignition by turning the dials until all the lights are illuminated und wieder ein Anruf von meinen Zahnärzten also ich weiß jetzt auch nicht was da jetzt das ganze Problem ist hier muss ich jetzt nochmal den Termin verschieben oder was also mir erst einmal kürzlich angerufen zum Termin verschieben jetzt rufst mich nochmals zum Termin verschieben also irgendwie dann war ich erst am 15. August jetzt rufst du meinen Termin naja piece of cake ok zu drehen ist das dann alles aha wann leuchtet das also wenn die Kontakte hier alle zusammen sind ok das ist lila aber der rote dicht ok jetzt mal schauen das ist gelb ok das kann ich damit verbinden blau bringt mir absolut gar nichts lila und rot es ist nur eine weil mir ein Kontakt hier fehlt gut das ist gut gut das ist auch das ist auch das ist auch gut das ist auch da hinbekommen ok ok next i'll sail up the river to the almasdan bridge fast fettig brücke aha aha then it's just a short stroll through the forgotten forest hm and finally home got it let's go ach und jetzt geben wir uns hier voll kracken Gas ach doch nicht fährt automatisch los ich dachte das würde uns jetzt aus der Kontrolle geraten jenny had never crossed the lake after dark come to think of it come to think of it she'd never even driven a boat before she thrust the throttle forward and felt a cool wind whip through her hair sneaking around after curfew had its benefits ah nimmer stimmt keine bahn sicher oh ich darf hier tatsächlich lenken oh endlich wollen wir es selbst nicht blöd ich glaube ich sollte besser kein äh besser nicht irgendwo rein fahren wups das war knapp ok wupel 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 zurück drück sattig Ich kann hier auch mal Gegenstände einsammeln. Das ist natürlich übertrieben, Leute. Da muss man doch alles hier abklappen, um ein Gegenstand zu finden. Hier. Da muss ich noch hinfahren. Okay, gut. Machen wir. Ein Sticker haben wir auch gesammelt. Gas geben. Langsam Gas geben. Also, dass wir den Sammeln, wir bleiben die jetzt hier wirklich sicher etwas verpassen. Ah, man kann auch so kollidieren. Oh, wenn man das gewusst hätte... Wahrscheinlich darf ich keine Boje umfahren. Wollen wir zu den Wahlen? Dann gehen wir doch zu den beiden Wahlen da. Ja, das wäre das Trick hier. Ja, einmal elegant um die Kurve. Noch einmal elegant. Hallöchen, ihr beiden. Oh. Warten, wenn du bis die Walmutter weg bist. Reiche forschen. Ich schwimme in den Schatten der Geistern. Ich hier? Da haben sie die Wale gemeint. Das muss der Ort sein. Das ist mir jetzt hier richtig. Okay. Aber das wäre eigentlich ein Weg. Krass. Wow. Das war groß. Ich muss einen näheren Blick bekommen. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Kann man hier noch alles durchsuchen. Oh, klar. Oh, das war nicht schön. Noch einmal bitte. Ja. Und? Oh, noch einmal. Oh, oh. Oh, oh. Eine Flasche Kost? Also, eine Arme Bade. In sein Luftloch drin. Das war ein Hering? Ein Hering? Also, warum ist es nur so groß? Das war so groß mit meinem Finger hier? Das war jetzt ein Hering. Ich kann nicht glauben, dass sie wirklich existieren. Jenny hat immer geglaubt, dass sie ein Fischermanns-Tail waren. Aber sie sehen sie zuerst. Sie ist so schön. Aber was war in ihren Skalen? Das war ein Schuppe, okay. Ah, der ist daneben. Ich muss es so anklicken. Okay. Ah! Okay. Wenn er hoch geht's jetzt. Ich dachte, es wäre jetzt knapp daneben gegangen. Ein Messer in eine Botte? Wunderbar. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist. Ich bin der Geist der Geist. Ich gehe zwischen den Sunkerns-Tailen. Ich habe eine Säge nach dem Glowen Mist. Das ist eine andere Begründung. Das Fall hat nur mehr... Dangerous. Jetty hatte keine Ahnung, wer war hinter diesen Messer. Das könnte eine Elaborate Trappe sein. Oder es könnte die Antwort sein, die ich brauchen, um meine Mutter's Innocence zu prüfen. Der beste Kurs von Aktion war, um zurück zu gehen und Hilfe von einem Adulten zu bekommen. Nein! Ich muss sehen, woher das führt. Auf mein eigenes Leben. Okay, das heißt also, wir fahren jetzt weiter. Ja, danke, ihr Heringe. Also, nur wirklich, dass das jetzt ein Hering sein soll. Also, ich glaube, das ist wirklich kein Schwein. Aber jetzt muss ich hier nach versunkenen Schiffe ausschauen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meinen Gartenkochtüb angezogen. Und mit echtem Holzbein. Ups! Da wollen wir jetzt nicht lang. Aber das ist jetzt eine gute Frage. Soll ich jetzt zurückfahren? Oder hier nach oben? Dann fahren wir kurz mal zurück. Mal schauen, dass da was gibt. Jetzt, wupsala. Wir sind halt auch da noch durch, oder? Wir kommen jetzt wieder zurück zum Startbereich. Und fahren. Da hätten wir voll Kollision gehabt. Aha! Ups! Ich habe hier noch den Falschklopf gedrückt. Und jetzt einsammeln. Hervorragend. Dann haben wir das auch noch erledigt. Sonst können wir, glaube ich, hier auch wieder zurück zum Stehen kommen. Also, das heißt also, jetzt ist doch alles hier eins. Hervorragend. Was wir drücken, quasi. Ups! Was das ausmacht. Dann werden wir dann eigentlich mal sinken, wenn wir uns so häufig in der Gegend fahren. Ah! Das ist jetzt das Problem. Ich muss nur raus bitten. Was ist das denn? Ich bin hier. Und jetzt vom Angelbereich. Rechts Grab, Wasserstraße. Gefahr, schlechte Sicht. Also, da unten müssen wir also hin. Dort ist die Truppenkopfinsel. Leuchtturm und Sandwichladen. Ah, Sandwich. Ich weiß nicht mehr. Ich habe gerade keine Lust. Bagelbucht. Bärenklauenbiegel. Rundrumfels. Das müssen wir ja alles noch durchfahren. Ja. Vielleicht ziehen wir noch irgendwas. Also, irgendwas ist das Dicke. Nehmen wir mal mit. Das ist gut. Also, After News Only Late. Also, das ist der einzige See, den sie haben. Okay. Hier gibt es fast eine Fettigbrücke, wo wir einfach hin müssen. Okay, gut. Dann fahren wir erstmal hier hoch. Nein. Nein. Ich weiß nicht, ich muss ihn mal lesen, aber hier gibt es sicher wieder einen Sticker, wo sonst irgendwas wir so einsammeln können. Na. Da. Ups. Wie ist man verwechseln? Ich drücke den falschen Knopf. Okay, kann man hier noch an den Strand gehen? Nein. Schade. Also, gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Die Strasse entlang. Ja, sie ist die Strasse hier. Fangen wir vorbei. Und. Also, ich benutze bis jetzt einmal ein Boot, das wirklich selber steuert. Ah, zum Glück war das auch ganz ruhig. Autsch. Autsch. Das kommt nicht ab. Ich glaube, wir könnten die Dägen doch noch mal umbauen. Ich weiß mal, es ist die sechste Garten aus der Straße. Es kommt die Gefahr. Schlechte Sicht. Nichts. Ich kann nichts sehen. Ich muss in die richtige Richtung gehen. Ja. Ja. Ich hoffe, es ist doch etwas Interessantes. Was wohl ist? Es könnte wahrscheinlich ein Erfinder von Susi gewesen sein. Ja. Wir gehen immer tiefer und tiefer. Das Gebiet. Wolter, Dunkelheit. Ist das in der Spiegelung? Ja, gut, gut. Ich dachte schon, dass man an so einer Kitchen, wo man gegenfahren kann. Ja, dann setzen wir mal eine Fahne auf. Jenny navigated carefully through the thick fog. Oh, smells like rotten fish. Many ships had lost their bearings here. Ich? Also, Geisterschiffe oder echte Schiffe? Grounded on the ragged rocks, swallowed by the lake. Maybe I could shed some light on these ghost ships. Mhm. Mhm. Das sieht irgendwie an einem Flugzeug aus. Definitiv. Was haben wir hier? Ein modernes Motorboot. Das kenne ich jetzt nicht ganz genau. Das hier ist nichts. Was ist hier? Oh, hey, hey, halt, 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 still bleiben. Eine weitere Flaschenpost. Nehmen wir mal, um ein bisschen. Und wir werden mich interessieren, wieso haben wir sich eigentlich ganz mühe gemacht, um zuerst so viel zu beteiligen und schnell den selben Weg zu machen. Also, das ist der Leuchtturm. Gute Idee. Roten Männer reden nicht. Oder Deadman's Tales noch, äh, Tales. Ah, die Fluch der Karibik Reihe. Äh, haben sich ja auch nur ein bisschen überspannt. Der erste war dann auch wirklich der Beste. Der Zweite? Auch nicht schlecht. Der Dritte? Der Vierte? 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 Na ja. Besonders die Geschichte mit dem Kompass. Der Vierte? 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 Nein, das soll ich nicht drücken, das hier. Jetzt sind wir in der Spirale, ah, uralten Steins, ach so, wir müssen da hin. Wir müssen jetzt nicht zur Todkoppinsel, sondern wir müssen zur Spirale. Oh, hier ist auch noch ein Versteck, also das sind ja wirklich die biesesten Verstecke hier. Wo ist denn da drin? Moment, ich schaue mir kurz mal die Karte an. Ah, von Pep, die muss da nach links. Was ist hier? Ja, hoch, Jenny. Entschuldigung, ich bin schon durch die Kurve gekratzt. Pretty sure, I'm going to sink the boat. Weeeeee! Hehehehe, wird sicherlich versinken, ja definitiv. Egal wie häufig wir dagegen krachen oder das Kracks tun. Also in die Spirale rein. Gegensatz der Uhrzeigersinn, aha. Gut, das macht jetzt also definitiv Sinn, dass wir jetzt hier entlang gehen. Und dort in der Mitte werden wir was finden. Eine weitere Nachricht, dass wir uns wahrscheinlich dann zum Donut Dienstpunkt schicken. Und einmal noch elegante Kurve nehmen. Ja, ah, zockt, na. Bereiche forschen. Das schick wahrscheinlich. Äh, wo ich setzen? Oh, das muss man nachher noch des Beziehenden noch her. Das ist. Hab' dann einen Stein genommen. Man hoffe ich schmeiße erst die Dinge nicht. Ach du, ich schmeiße erst die Dinge nicht. Ach ich. Das hab ich nicht verfürchtet. Hab' dann über eine Verförderung von Kröhe. Es ist durch eine dunkle Rücke an mir. ein merkwürdiger stein aber ein einsiedler krebs hat er tatsächlich eine seine behausung da ist jetzt diese felsen krebs frein da ist was einsammeln bist spät wir haben einen klaschenpost jetzt haben wir ein einsames wo sie einen ruhigen gang war hätte sie es besser lösen können haben sie sogar blaschen dreht eine extra runde klop im sichelmond unter dem blick des todes warte ich ich stand inside the crescent moon below death's gaze i wait for you i wait for you this could be the last clue so caught up in unraveling the mystery jenny failed die 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 Okay, gut, jetzt müssen wir hier wieder alles... Jetzt müssen wir hier all den Weg wieder zurückfahren. Das hätten wir aber auch gesparen können. Naja. Ich modze einfach zu viel zu viel. Muss man einfach das Spiel jetzt mal so geniessen. Ui, jetzt können wir wieder Boot fahren, Leute. Aber leider sind hier keine Boe hier. Man fragt sich, wieso? Weil sie ausgerechnet keine Boe hier hat. Weil, um Mitternacht hier im Kreis zu fahren, das ist doch sicher das Schönste vor allem. Ja, komm schon. Nicht in den Felsen rein. Boe hier darfst du. Also unter dem guten Blick, ja, wissen wir was es ist. Was ist hier passiert? Gut. Mehr drüber. Okay, jetzt brauche ich halt dich. Unter dem Sichelmond. Was sieht hier eigentlich wie ein Sichelmond aus? Oder ist da eigentlich ein Bagel, die Bagel-Buch gemeint? Oder ist das doch kein Sichel? Okay wir fahren immer noch in定heien, und hier rein. Ach, der Weg ist ja hier frei plötzlich. Erstaunlich! Wahrscheinlich gibt doch noch Gas! Die Sonar-Marsche hier. Ich möchte hier noch mehr umfahren. Ich möchte schließlich den Titel als Verkehrsraudig-Rubie abstreitig machen. Ein Sticker. Auf den ist eher ein süßes Labor gepasst. Aha, deshalb Sichel. Es ist gar kein Donut, es ist ein Sichel-Mond. So. Insel erforschen. Also werden wir jetzt hier das geheime Hauptquartier finden von CJ. Oh, die Hitterbrot. Sorry Leute, bisschen müde halt. Blech geschlafen. So, da sind wir also auf der Insel. In der Donutbucht. Wer gar kein Donut isst. Hallo? Wer ist da? Schalt das Licht an, dann weißt du es. Blech da! Komm nicht näher! Identifiere dich! Äh, drohen wir dem. Ich bin mit der Polizei. Du gehörst zur Polizei. Ja, nur weil dein Opa Polizist ist. Du hast zwei Sekunden, um zu sprechen zu sprechen, oder ich... Ich werde... Ich werde die Kraft benutzen! Schalt das Licht an, weil das ist ja nicht mal eine Person. Ich habe dich bemerkt. Ich komme da hin. Jetzt. Hehehehe. Verarscht. Oh. Aber jetzt ist die Mühe gemacht, das zusammenzubauen. It was just my imagination. Thank God. The dogs bark loudest before the dawn! Hehehehe. Nice CJ. Hehehehe. Aber ich bin gewusst, dass du's bist. AHHHHH! Get away from me, you maniacal murderer! The dogs bark loudest before the dawn! Müssen wir das wirklich noch durchgehen? You can lead a horse to water, but you can't make it cook a five-course meal. The wind blows strongly from the east. People in glass houses should invest in curtains. Phoenix sky is full of fireflies. Uh, was heißt er? Hehehehe. Goldfish. I glaube, das war ein Donut. Donut ist das Donut. Phoenix sky is full of fireflies. The last donut is the tastiest. Excellent, Jed. They haven't broken you yet. Was muss ich jetzt extra beenden? Die Noten waren von dir? Ich dachte, du warst der Dean's Körner. Äh, Jenny, wieso sollt ihr das machen? Warum macht ihr mich durch das alles, wenn du schon im Boot warst? Das ist der einzige Ort, die sicher aus ihren Höhlen sind. Wir müssen uns hurryn. Diese Linie ist nicht sicher. Also, Maske, ist der sicherste Ort, oder ist das jetzt nicht sicher? Äh, besonders dir kann man nicht vertrauen, was? Es gibt vier Hinweise. Zuerst nehmen wir mal den Galerie-Gegenstand. Das ist ein Sticker für mich. Police und ein Cross. Haben wir sogar einen Erfolg bekommen? Oh, okay. Ich denke, du bist auf einem blauen Fleck. Das ist echt geprügelnd. Was ist mit deinem Eindruck? Hast du einen Kampf bekommen? Was ist mit dem Bord zu verstanden? Welche Ausritte? Hast du einen Pordel wieder versucht zu hypnotisieren? Eher Seriously purple misunderstanding. Dann sollte man den anderen. Hmm, da ist etwas, was du mir nicht ständig sagt. Ist da? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Sie waren hier vorhin. Sie werden zurückkommen. Und wir werden sie warten. Ja, definitiv. Die Flasche kann man nicht sagen. Flicken. Auch das Tattoo. Auch die Kiezen. Ah, weil so viel heiße Luft in dein Kopf, kann man schon mal denken, dass wir in der Wolke. Jetzt nehmen wir die Schattenmänner. Oh, kann man nur ein Ding fragen? Dabei können wir noch alles noch abtragen. Hä? Was denn? Ah, was wir jetzt nicht gesehen haben. Okay, was ist denn das? Ich weiß, dass du in der Bibliothek bist, den Tag, Dean Strasbury, stirbt. Hast du nichts Ungewöhnliches gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Great. Was ist passiert? Sie haben den Kühlschrank von Strasburger zu Pee geändert. Äh... und ihn ordentlich mal unter Wasser stecken. Es war sehr ungewöhnlich. Oh, ist das alles? Ich wollte, dass der Bibliothek in eine Art Erwärmung ist. Aber niemand war auf der Rückseite. Ganz ungewöhnlich. Das stimmt eigentlich. Wo ist eigentlich die Bibliothekarin gewesen? Was there anyone else in the Library? No! Just the Dean and I. Till I, uh... I, uh... Until you left. It's not like you to leave your research lying around. Why were you in such a hurry? I, uh... I lost track of time. I was late. For an appointment! Das, du luchst deppetitiv. Donner moves wie du bist. An appointment? Where? Appointment? What are you talking about? You said you were late for an appointment. Objection! Leading the witness. This isn't a trial, CJ. It's just me, Jenny. Then I have nothing further to say, Your Honor. CJ, this is serious. You have to tell me the truth. I had to do it, Jenny. They needed to learn. CJ, is this a confession? Well, you were going to find out anyway. CJ, did you... Murder Dean Strasberry? The Dean? Oh! No. But you just said... Good, Jenny! Suspect everyone. Even me. I don't understand. In fact, I suspected myself for quite some time. But I couldn't have done it. I want to believe you, CJ, but... Do you have an alibi? That's why I left these notes for you. If anyone can prove I'm innocent, it's you, Jenny LeCleu. Hang on a second. Let me take a look at that. Jenny, I need your help. That's why they didn't put it in German. Aha. You know, we could have saved a lot of time if you'd just given me this message first. Risk being followed? Never! But what had piqued Jenny's interest was not the message itself. That paper? What did he write all these messages on? Okay, that's right. That's right. Where do you go? Okay. Here in the middle. Okay, that's right. That's right. That's right. You wrote all these messages on a piece of newspaper. Okay, what have we here? Dorf Grotten ruiniert Schulauführung. 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 Eltern fürchten um Sicherheit ernoten der Kinder. Here we have a CJ from the Glottenturm. Also, kurz vor vier. Ten Minuten vor vier war das etwa. Eine Avocado-Hein-Schulauführung eines Theaterstücks samt Parade will Gründer von Affen und durch ein Dorftrottel unterbrochen. Der Mann nennt sich schlicht CJ. Zeugen seines Redeschwals, der Mann, dass er auf die Bühne kletterte und ein kleines eichelverkleidetes Kind, Sheldon, dritte Klasse, anschrie. Die Worte des wehren Mannes an das verängstelte Kind lauten, sie lügen dich an. Sie wissen nicht, worüber sie reden. Die Wahrheit ist da oben. Schulleiter Begley, der dem Schauspiel zugesehen hatte, beförderte den Mann vor der Bühne und hielt ihn von den mittlerweile meinen Kindern fern. Daraufhin lief der Mann durch die Straßen und brüllte, sie wollen mich zum Schweigen bringen. Ein anwesender Vater erwiderte, vielleicht wäre das nicht schlecht. Kurze Zeit später erschien die Polizei und nahm den Mann fest. Ihm wird der Regen öffentlich Ärger nicht vorgeworfen. Eine Mutter kommentierte, es war die beste Show, die es jede Schule gab. Okay, das wird ein zweites Weither geholt. Was haben wir hier? Mr. Beans Geschmack zu sterben schön. Ah, ein bisschen eine mobile Werbung. Halte Ausschau nach unserem brandneuen Karte-Mobil. Beste Poli in der ganzen Stadt. Donnerstag Abend mit Ausgabe. Also es wurde aufgenommen, an dem Tag, an dem Direktor gestorben ist. Man sieht es hier an der Uhr, dass er also dementsprechend zuvor bei der Schulauführung war. Forte zur Titelgeschichte. Einzige Zeugin und Hauptverdächtige, Mrs. LeClew, im offenten Stadtgefängnis inhaftiert. Mrs. LeClew hat keine Aussage gemacht und bisher jeglichen rechtlichen Beistand ausgeschlagen. Angesichts des Falles hat Sheriff Winston LeClew sich von allen Ermittlungen distanziert, um den Interessenkonflikt zu minimieren und rechtlich gesetzte Polsten mögliche Ausmaß zu schützen. Jenny couldn't help it. Every time she thought about coffee, she saw Keith's face. She heard his voice, she remembered his sadness, and she promised not to rest until she'd uncovered the truth of his father's death. The front page was missing, but even this small snippet worried Jenny. They've been peddling lies about my mom right from the start. Sheriff Winston LeClew has distanced himself from all proceedings. Well, if he won't help her, I will. That's the day of the Dean's murder. This photo was taken at Avocado Heights. That's on the other side of town, miles from the library. It's a mile davon entfernt, but he was kurz darauf, so he couldn't get rid of it. CJ was always protesting something. The first time they had met, CJ had handcuffed himself to a bike rack outside Agatha Crusty's bakery. He was convinced they were hiding something in the pies. He'd lost the key to his handcuffs, so I picked the lock for him. They'd been friends ever since. 3.55, clearly the afternoon. CJ couldn't have killed the Dean. All the evidence is right here. How can I prove, CJ is innocent? Hey, Gegenstände. The evidence, the Avocado Heights, and the door. They're getting cut off here. CJ was photographed in Avocado Heights at 3.55pm on Thursday. Two minutes before the Dean died. There's no way, CJ could have killed him. That means, he was in the library. Who was there? CJ, you're innocent! What a relief! But you really shouldn't be going around town terrorizing children. You're going to end up in jail again. That wouldn't be so bad. They have the best beds in town. Every part of my being is telling me that my mom is being framed. But I don't understand why. There are only three reasons a man is murdered. He didn't mind his own business. He couldn't keep his mouth shut. Or he wouldn't keep his hands to himself. Have you ever heard of a place called Widow's Drop? I think my mom met the Dean there. Widow's Drop! No, but it sounds suspicious. Well, anything sounds suspicious if you say it like that. Be careful, Jenny. They'll do anything to keep their secrets. Once you start to see things, there's no going back. Do you ever wonder why the lake glows at night? Or why the power keeps going out all over town? Yes, I do. All the time. There's a lot more to this town if you look below the surface. Do you mean that literally or figuratively? Do you think that's true? Do you think that's true? Yes. The truth is hiding right under our feet. If we only stop to look. I'm more confused than when we started. Well, I really have to get to my house. This case won't solve itself. I can drop you off at the bridge. No need. I'm staying here. Some of these rocks have moved. Never trust a crab with a man's job. Oh my goodness. With someone like that, we're friends. Another chance. Be careful, Jenny. They are everywhere. Always watch. Don't worry about me, CJ. They'll never see me coming. I sneak in silence. I creep in the shadows. My footsteps are whispers. Damn it. I've got this. Don't worry. Beep. 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 Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ha 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 ha. Battle buff out. Oh. Das sind nur kleine Kratzer. Das ist nicht so schlimm. Okay. Jenny headed east towards the almost done bridge. I can dock there and make my way to the forgotten forest without anyone seeing me. Sneaky. Ja, und dann machen wir's wieder auch aus dem Ninja-Style. Weil wir mal die Lady sind. Und dann noch ein Stück. Noch ein Stück. Ach, der arme, fliegende Holländer. Auch einer der besten Charakter überhaupt in, äh... mit meinem Spongebob. Wie sehen wir, ich habe inzwischen so etwas aus dem Teppich gebrochen. Ich habe nur die erste Türstappen sind gut. Und nachher... Sonst Patrick, weil ich sehe was unerträglich. Okay. Das hier war ja nur der Sackgasse. Aber wir geben jetzt wieder Vollgas. Ehrlich, ausgezeichnet. Hier sind wir jetzt beim Bärentatzen. Hier gibt's sicher was anderes zu sammeln. Was holen wir jetzt auch schnell? Ein Leuchtturmsticker. Oh, nicht schlecht. Und was gefällt mir doch schon eher. Und da, wir müssen voll Karacho an Bärentatzen hier vorbei. Um nochmal einen Gegenstand zu suchen. Oh, war's geblinkt? Aha. Ein Galerie-Gegenstand. Danke. Okay. Also, ich werde noch am Schluss sehen. Ich werde nachher nach allen Galerie-Diensten untersuchen, die ich verpasst habe. Einen hatte ich ja schon. Die habe ich bis jetzt mal nicht eingesammelt. Lass mich ran. Ha! 25 getrocknet. Gibt nochmal einen Erfolg. So, jetzt müssen wir noch mehr kurz rein, das Ding abholen. Und das hätte man wirklich anders machen können. Aber naja. Sammelgut. Er kennt keine Grenzen. Besonders wenn man das neue Zelda-Spiel macht. Gears of the Kingdom. Das ist natürlich nicht so. Wir haben sich damit etwas mit dem Sammeln. Also mit dem Verzug, der immer zu übertrieben. Eine Ebene. Upsa. Von voller Absicht. Oh, wir sind schon da. Nur kurz noch hier nach links. Da geht sich immer wieder etwas einzusammeln. Was für eine Überraschung. Das sind meine Zelda. Nicht nur in Heiru. Sondern im Untergrund. Oder auf den Wolken. Immer alles einsammeln. 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 Also die Krogssamen. Haben mich schon beim Vorgänglichen genervt. Das sind die Normals da. Aber... Bitte verlassen. Das ist der Weg zu meinem Haus. Bitte verlassen. Ja. Danke. Das ist der Weg zu meinem Haus. Alles ruhig, das Begrüßungskomitee. Opa. Hier bin ich. Einer da. Tschau. Ich dachte, die Polizei würden wir hier schon entfernen. Die Nacht war still und quiet. Ah, die fast Fennigbrennenbrücke. Um auch kinnen die Brücke zu reparieren, die so kasten. Das ist CJ's Fault. Er glaubt, er glaubt wirklich all diese Dinge. Als du Dinge zu sehen möchtest, gibt es keine Rückkehr. Ich frage mich, was er von dem bedeutet. Jetzt habe ich das hier überstanden. Aber hier würde mich wirklich interessieren, was habe ich denn hier verpasst? Dies sind zwar Entscheidungsmöglichkeiten, die hier fehlen beim... ...hier bei unserer Mutter und das hier. Also kann man sich doch gar nicht bewegen, was habe ich denn hier verpasst? Oder ist es hier einfach ein Fehler? Das würde ich am Schluss nochmal machen. Dann baue ich das vielleicht noch ein. Ich kann mal schauen, ob ich das andere ausgewählt habe. Schlecht das? Ja, vielleicht muss man sich rauslegen. Dann gibt es nochmal zwei andere Möglichkeiten. Okay. Aber jetzt hier wieder Titelbeschützer. Du bist ein Realist, emotional und Planer. Loyal, zuverlässig und Pflichtbewusst. Du betriffst alle Erwartungen und stellst die Bedürfnisse anderer über deine eigenen. Du bist nachdenklich und vorsichtig. Und manchmal nimmst du auch zu viel auf deine eigene Schulter. Und du drückst deine eigenen Gefühle. Den Punkt möchte ich sagen. Ich bin froh, wenn wir eigene Gefühle unterdrücken können. Ich bin froh, wenn wir besonders ein bisschen jetzt auch nicht sind. Und alles andere haben wir auch geschafft. Vielleicht das hier noch. Wir haben hier noch so viele Möglichkeiten. Aber trotzdem können wir sicher sein, wir haben ja schon mehr als die Hälfte hinter uns. 5 von 7. Wenn ich da was verpasst habe, dann stellt sich das auch die Frage. Das war's für heute. Ich habe euch gefallen. Mit solchen Fragen habt ihr euch einen Daumen hoch. Über den Kommentaren würde mich auch noch freuen. Ich wünsche euch eine gute Pause. Und danke, Gerell. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.